Bevor Charlie zu seiner Bonnie Jean findet, bittet ihn ihr Vater noch, seine Unterschrift in die Familienbibel der McLarens zu setzen. Warum? Nun, das werden Sie schon noch erfahren. Ich darf Sie noch ein bisschen auf die Folter spannen. Was Fiona soeben erfahren hat, Tommy ist verlobt. Aber sie sieht ihm auch an, wie wenig Lust er auf diese Heirat hat. Tommy ist noch ein bisschen ratlos, was hier vorgeht in dieser Ortschaft, die mitsamt ihren Bewohnern aussieht wie ein altes Gemälde. Aber er ist fest entschlossen, mit Fiona in die Hügel zu spazieren und Heidekraut zu pflücken.